Du kommst jetzt mit dir in die Bildzahlung. Du kommst jetzt mit dir in die Bildzahlung. Ja, egal. Was ist das? Hier. Nur dieses Motorrad? Nur dieses Motorrad, ja? Ja, das Motorrad. Aufblick, er ist mein Gärtner. Muss ich noch mehr sagen? Nein. Immer, wenn ich im Gietze bin, ist der Gärtner da. Hier sagt man nur eine Wischung. Und da geht es ja eigentlich nur auf der Kernbischung. Und die Anwälte sind dann in ihrem Haus. Ja. Und die Anwälte sind dann in ihrem Haus. Ach, ich werde das nicht vergessen. Du gehst wieder.